So, hallo zu einem neuen Video von Apple Apps Tester. Heute zeige ich euch eine Application von der Kategorie Unterhaltung, also nichts mit Spiele, was meiner Meinung nach sehr, sehr cool ist und sich wahrscheinlich viele gewünscht haben, also die Application gibt es schon länger, aber ist nicht so sehr bekannt im App Store. Na, es heißt, Flipbook gibt für 3,99 Euro im App Store zu kaufen, ist gerade mal 0,9 MB groß und das werde ich euch jetzt mal zeigen, Flipbook, genau. So, man kann, ich sag mal jetzt, wie der Name schon sagt, Flipbook. Also, man kann sich sozusagen ein Buch, was heißt Buch, Bilderbuch, so ein Mini-Filmchen selber machen, in dem man was zeichnet und immer wieder neue Layer, also Blätter hinzufügt. Ich zeige euch das mal gerade. Man geht auf Plus und hier sehen wir erstmal das Menü. Man klickt hier drauf. Also, hier kann man sein Brush von der Größe einstellen, hier hat man Radiergummi, kann man ebenso von der Größe einstellen, die Farbe vom Brush. Dann kann man hier noch eigene Farben entwerfen. Was ist das? Hier haben wir Layer Tools. Hier können wir die Namen, ähm, ne, hier kann man neue Layer hinzufügen, genau. Radiergummi wurde schon gezeigt. Hier kann man Onion Skinning, also Previews Frame und Next Frame einstellen, ob man es möchte oder nicht. Hier kann man, äh, das ist diese Undo-Taste. Hier kann man jetzt die Farbe zurückstellen, die ich vorrate, aber ich möchte, dass das so bleibt. Hier hat man eine Pinze, äh, Pinzeze, sage ich schon. Wie heißt denn das Ding? Ich weiß nicht, wie das gerade heißt, fällt mir gerade nicht ein. Aber dieses Ding kennt jeder von euch. Wenn ich jetzt eine Farbe habe, die ich, ähm, aber ich kann sie nicht mehr selber erstellen, dann nehme ich einfach Pipette, genau, Pipette ist das Wort. Nehme die Pipette, klicke auf die Farbe und dann bekomme ich genau die Farbe wieder raus. Und hier kann man sich jede einzelne Frame anschauen. So, fangen wir mal an. Wir können jetzt hier zum Beispiel, ähm, machen wir erstmal Kopf, nächste Seite. Kopf, Körper, nächste Seite, Kopf, Körper, ein Bein, nächste Seite, Kopf, Körper, ein Bein, andere Bein, nächste Seite. Man sieht auch immer so ganz leicht, ich habe jetzt eine doofle Farbe genommen, aber etwas sieht man das, wie der vorher gezeichnet wurde von mir, dann kann man es ungefähr, äh, nachzeichnen. So, und jetzt verschwindet wieder ein Teil von ihm, jetzt ein Arm weg. Ähm, ja, muss weg bleiben. Wenn man länger drauf drückt, kann man direkt etwas auswählen. Ich hoffe, ich habe das später noch vergessen. Ach Gott, das ist ein bisschen doof gemacht mit diesem Menü, wenn man da oben klickt, wenn da die Frames eingezeigt werden. So, und dann noch das und weg. Jetzt kann man das hier abspielen lassen, indem man, ähm, auf Menü unten wieder geht und man oben rechts auf Play klickt. Dann kann man sich das Ganze anschauen. Man kann die Schnelligkeit hier unten einstellen. Mal ganz langsam und Play. Ja, manche haben da wirklich richtig gute Geschichten raus, also Minikrebs rausgekriegt. Also, da kann man echt eine Menge Zeit investieren. Ich habe vorhin auch noch irgendwas gemacht, das kann ich euch mal aufzeigen. Ist jetzt nichts, Moment, ist jetzt nichts Spektakuläres. So. Manchmal einfach so ein bisschen zum Testen. Ja, dann geht es auch schon wieder von neu los. Ähm, wie kommt man jetzt hier raus, irgendwie. Entweder ist das ein Pack, oder ich kriege es nicht gebacken. Naja, mehr gibt es eigentlich zur App nicht zu sagen. Das war es auch schon. Ähm, 3,99 Euro ist schon ein heftiger Preis. Aber, ähm, wer zu viel Geld hat, kann sich gerne die Application kaufen. Allerdings gibt es auch eine Light Vision. Also, man kann es vorher testen und ein bisschen eine Light Vision rumtüfteln. Und am Ende kann man dann schauen, was man davon hält. Ob man sich die Vollvision kaufen möchte, oder auch nicht. So, dann, danke fürs Zuschauen. Viel Spaß mit meinen anderen Videos und tschö.